Unser Räumungsverkauf ist jetzt auf der Zielgerade und zwar geht das Ganze noch bis 15. Juni und als kleinen Schmankerl für die letzte Woche haben wir jetzt noch mal minus 50 bis zu minus 80 Prozent. Außer auf die ganz neu gelieferten Waren, die jetzt im Mai oder Juni gekommen sind. Also lasst es euch nicht entgehen. Kommt vorbei, schlagt es zu aus allen Bereichen. Fußballschule, Laufschule, Trainingsartikel, Funktionsartikel, Fanartikel. Wir haben wirklich alles, was das Herz begehrt. Also nicht lange warten. Am 15. Juni ist Schluss. Kommt vorbei. Wir sehen uns. Bis dann.